Wie geht's dir lieber Peter? Bist du schon in Sommer-Laune? Ja, boah, weißt du, was gestern passiert ist? Ich habe gestern, nach wirklich sehr, sehr langer Zeit, leider findet man mich nicht auf Transfermarkt, man muss es anders recherchieren, mein Liga-Comeback gefeiert. Also falls du dich gefragt hast, warum so viele Menschen unterwegs waren gestern Nachmittag, für dieses... Peter, da gibt's einen Applaus, wirklich. Also es freut mich, dass du zurück bist und du hast fulminant 4 zu 1 verloren. Richtig, aber für alle Graz ansässigen Menschen, die sich gewundert haben, warum da so viele Menschen unterwegs sind und sich ein Fußballspiel anschauen wollen um 17 Uhr. Richtig, es waren alle natürlich in Gösting zugegen, um mein Comeback zu verfolgen und nicht, um das Sturmspiegel in Hartberg zu sehen, was, glaube ich, angeblich auch ausverkauft war. Weiß ich nicht, das sind Gerüchte. War aber ganz nett, weil ich habe mit drei alten Kollegen, also das war wirklich so ein bisschen so, also zwei der drei Gründer mit mir und mit Johnny und genau, zwei andere noch, wir haben insgesamt über 1950 Spiele für den HFC Graz 1999. auf den Platz gebracht. Das hat uns allerdings nicht geholfen, weil wir auch entsprechend der Erfahrung gegenüber manch jüngeren Semestern auf der Gegenseite durchaus das nachsehen hatten. Ja, aber am Ende des Tages muss immer der Sport der Gewinner sein. Und der hat gewonnen, oder? Er hat gewonnen, ja, auf jeden Fall. War schön, also war schön, wieder zurückzukehren. Lustige Sache. Freut mich, freut mich. Ja, ich freue mich dann auf dein Comeback. Du arbeitest ja auch schon, oder? Ich arbeite an meinem Comeback, ja. Im November werde ich in den Elfmeter verwandeln und im März spiele ich wieder. Geil. Na, aber wir haben, also ich habe Samstag seit ganz langem einmal, dass ich an einem Wochenendtag bei keinem Fußballspiel vor Ort war. Es war für mich auch ein bisschen... Krank? Fieber? Nein, nein, gar nicht. Ich wollte doch einfach einmal wieder die Bundesliga im Fernsehen anschauen. Skyfine also. Genau. Und man muss sagen, die Akademien starten ja noch nicht durch. Das heißt, es war auch am Vormittag nichts. Oh, Regionalliga war gleich nur Rita Mardöre gegen Öt in der Mitte und in der Ostbahn auch noch zwei, drei Spiele. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Heute mal gemütlich ein bisschen was über Video geschaut. Und dann die Doppelkonferenz und Einzelspiel. Kann schon was. Wir haben im Garten eine Leinwand aufgebaut. Ihr? Ja. Von dir zu Hause? Nein, von unserem Hobbyverein auch. Achso, alles klar. War sehr nett und war sehr, wirklich sehr schön. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe WM-Flares gehabt. WM oder EM? WM. Ah, WM, okay. WM, ganz klar. Ja. Und du warst aber sonst auch schon dann am Sonntag im Stadion, aber vor allem auch in der Prüverliga zu gehen. So ist es. So ist es. Prüverliga. Vierzigste Minute. Alle Leute stehen auf. Ich denke, was ist los? Was ist los? Da ist das Essen gekommen. Da sind alle aufgestanden. Zur Halbzeit hat es nur mehr Apfelstrudeln und Apfel gegeben. Aber auch gut. Na, das Spiel war super. Maribor gegen Moura. Man muss sagen, ein Topspiel. Moura ist ja bis dato umgeschlagen. Ist ja doch eine Mannschaft, die sich wieder ein bisschen gefangen hat in dieser Saison. Vergangene Saison nicht so stark. Und Maribor hat sehr viel rotiert gehabt. Und der Trainer Ante Schimmunzer, der mit Moura den ersten Meisterstitel eingefahren hat damals. Und dann auch bei Ludo Goretz Raskrat in der Champions League einmal erfolgreich war. Ja, war dann doch echt ein gutes Spiel. Gut besucht für Slowenien. Nicht ganz 5.000 Zuschauer. 3-400 Auswärtsfans. War sehr schön. Aber die Frage im Stadion... Und Doppeltor-Schütze für Maribor? Anel Jakubovic. Wirklich, Jakubovic. Wie gut ist der jetzt? Weil der war ja... Zubot ist vielleicht falsch, aber sehr gut für die Prüferliege. Er ist halt... Bei Maribor spielt er auf der 10er-Position. Und das liegt ihm auch gut, weil er einen sehr guten linken Fuß hat. Da macht er dann auch seine Tore aus der Distanz. Er hat das Spielverständnis. Er hat halt auch mehr Zeit als in der österreichischen Bundesliga. Das ist schon ein wesentlicher Punkt. Und ja, ist glaube ich so sehr gut, wie es ist. Galt bei Empoli irgendwie als eines der österreichischen Sturm-Talente. Er hat dann bei Sturm in der Bundesliga nicht so performen können. Aber schön, dass das über die Prüferliege... Der war ja vorher bei Domschalle. Nein. Ja. Dort ist er dann explodiert. Und schön, dass das jetzt läuft. Aber bei dir stand ja dieser Besuch bei der Prüferliege nur unter einem Motto. Nämlich Jabolzni Ali Jabolzni Zavidek. Das stimmt, oder? Kann ich so nicht bestätigen. Ich weiß nicht, was es heißt. Oder zu deutsch übersetzt Apfel oder Apfelstrudel. Wenn ich an das Foto denke, das du uns geschickt hast. Ja. Hast du dich für beides entschieden, oder? Ich habe mich für beides entschieden. Aber zuerst den Apfel, weil man einen Apfelstrudel und dann einen Apfel, dann hast du das Problem, dass der Apfel immer sauer schmeckt. Ich habe tatsächlich zuerst den Apfelstrudel gegessen. Wirklich. Und großes Lob ohne Rosinen. Ich meine, wer isst abgelaufen und weintraum? Damit kann ich nur bestätigen und damit können wir jetzt rein starten. Sehr schön. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich Willkommen zur 211. Runde von DBLDW. Du musst jetzt schnell antworten. Ich habe nur eine Frage. Kennst du dich im Fußball aus, lieber Peter? Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Weiß ich nicht. Sag jetzt ja oder nein. Ich gehe zu meiner Mama. Ich habe Angst. Sag jetzt ja oder nein. Ja. Dann war das für dich auch keine rote Karte bei Klagenfurt gegen Rapid. Ah, ja. Ah, ja. Ich habe der Wiederholung echt viele Chancen gegeben. Ich habe mir gedacht so, vielleicht meinen sie, dass er sich absichtlich hineinwirft in ihn und ihn dann böse zu Fall bringt. Böse Thorsten. Also fangen wir kurz damit an. Rapid. Klagenfurt gegen Rapid. Keinen Abplan? Doch, doch. Achso. Nur den einen Punkt. Prequel. Achtung, Fahrplan. Das ist das Prequel vor dem Fahrplan. Was ist das? Das ist Prequel. Also Prequel. Der Prolog. Klagenfurt gegen Rapid. Wir schreiben die zweite Halbzeit. Thorsten Mahrer kommt in ein Duell. Und bekommt... Dursun. Fault Dursun. Ich glaube, das ist unumstritten, dass es ein Foul ist. Und er bekommt dafür die gelbe Karte, wofür er sich beschwert. Das war es so ziemlich. Dann schaltet sich der VR ein. Er wird rausgeschickt. Und da ist schon die erste Frage, warum wird überhaupt rausgeschickt von Gisheimer? Und kommt dann raus, schaut sich die Bilder an und gibt glatt rot. Also, ich glaube, niemand hat das verstanden. Und auch Thorsten Mahrer hat danach gesagt, kein Mensch, der sich im Fußball auskennt, gibt da eine rote Karte. Deswegen auch die Frage. Ah ja, verstehe ich. Aber es ist schon bizarr. Ja. Bei solchen Themen frage ich mich dann schon, das ist VR hin oder her. Aber darf man dem VR nicht einmal in die Schuld geben? Naja, aber was war jetzt die Erklärung? Die Erklärung war, es war ein Foul und er war letzter Mann? Ja, wo Thorsten eigentlich weg vom Tor läuft. Ja, aber das ist die Erklärung gewesen, oder? Ja, weil was soll es denn sonst für eine Erklärung sein? Ja, wahrscheinlich. Böse Attacke mit beiden Stollenschuhen auf das Schienbein im Fallen, oder was? Das war es nicht. Es kann ja nur die Argumentation sein, dass es letzter Mann war. Mhm. Was nicht wirklich stimmt. Was nicht wirklich stimmt. Was wirklich lang hinschauen musste, ob das jetzt der Letzte war. Aber dann reden wir immer über klare und nicht klare Fehlentscheidungen. Also das ist schon, hui, bin kein Schiedsrichter. Oder ist es verhindern, klarer Torchance ist das die, alle Schiedsrichter da draußen, die uns hören, bitte schickt uns Sprachnachrichten, versucht es zu erklären. Versucht eure Kollegen zu unterstützen. Wir sind ja der Schiedsrichter-Versteher-Podcast und fordern immer höchsten Respekt ein. Und sind auch absolut der Meinung, dass sich da in der Qualität der Schiedsrichter gerade im letzten Jahr merklich was getan hat. Aber es ist natürlich sehr schade, dass wir jetzt in der zweiten Runde so eine Situation haben. Muss man schon besprechen. Die jetzt zumindest, muss man sagen, im Gesamtkontext nicht spielentscheidend war. Wobei vielleicht wir rapid, weil ich glaube, über 11 gegen 11 gewinnen sie das Spiel. Aber man kann nicht sagen, dass eine rote Karte nicht zum Spiel... Es war jetzt aber nicht so, dass sie verloren haben. Sie haben zumindest noch das Unentscheid gerettet. Ja, stimmt. Aber ich glaube trotzdem, der fehlt nächste Partie jetzt auch. Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon ein Thema. Also, dass das einen Einfluss genommen hat, steht, glaube ich, schon außer... Nein, na, sicher. Sicher. Ja, Fahrplan bitte. Der Fahrplan für heute. Wir reden über Salzburg und damit auch über Twente. Wir reden über Ausdruck und Alltag, wo sich zwei Trainer vielleicht, jetzt in einem ihrer vielen, vielen Schicksalsspieler, die noch folgen werden, vorübergehend gerettet haben. Dann reden wir über Stummgingen-Hartberg, weil du dort im Stadion warst, weil du im 17.00 Uhr das uninteressantere Fußballspiel in Graz angeschaut hast. Und dann haben wir ein heiles Auge und ein Orakel. So ist das. Und ich habe von einem Hörer einen Anruf bekommen. Einen Anruf? Ja. Gibst du deine Nummer weiter? Ja, ich kenne den. Fabio, das ist eh cool, was ihr macht. Nur. Aber. Also, nur. Ich sitze am Motorradl und höre euch. Und eh cool, wenn ihr über das Spiel redet. Nur, ich habe halt, ist jetzt die einzige Quelle, wie ich mich über die Liga informiere. Ich habe ja nicht gewusst, wie das Spiel ausgegangen ist. Also, er hat sich gewünscht, dass wir hin und wieder mal vielleicht auch sagen, damit er nicht da extra nachschauen muss. Er ist dann rangefahren, hat sein Handy rausgegangen. Weil er wiss, wir haben nicht einmal darüber gesprochen, wie die Partie ausgegangen ist. Welche Partie war es? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber es wäre für ein Vorteil, wenn wir vielleicht kurz in irgendeiner Form einfach nur die Ergebnisse erwähnen könnten. Vielleicht ganz kurz. Damit die Hörer, die sich nur über uns, über die Bundesliga informieren, ja, wir gehen in die Tiefe grundsätzlich. Aber dass wir das kurz mitgeben, dass es da nicht einen zweiten Podcast braucht, der die Ergebnisse erklärt. Also, das heißt, wir sollten eine zusätzliche, vielleicht brauchen wir eine zusätzliche Folge Sonntagabend, wo wir nur ganz schnell in 44 Sekunden die Ergebnisse einsprechen. Ja, soll man, also, ja gut, also wenn wir dann jetzt über das Spiel reden... Wir überlegen uns da was. Heute würde ich es einfach nur im Schnelllauchlauf machen. Lask hat 1 zu 2 gegen Altdach verloren. Die WSG Tirol 0 zu 0 gegen den GRK. Salzburg gewinnt zu Hause 5 zu 1 gegen Blaues Linz. Die Austria schlägt den WRC mit 3 zu 1. Sturm gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Hartberg im Steirer Derby. und Klagenfurt spielt 1 zu 1 gegen Rapid. Im Bakult-Darby, Floridsdorf-Darby. Diese Steirer-Darby musst du da immer betonen, gell? Das taugt, warum? Das passt daran nicht. Das fällt mir nicht. So, Salzburg. Das ist aber eins. Salzburg unter Pep Leinders. Also, man muss ja sagen, ich war zu Hause, ein Freund von mir zu Gast, sagt so, Salzburg spielt, also Fußball geht los. Sag ich so, ja, ja, komm gleich. Sag ich, ja, Salzburg spielt. Und ich sage, Entschuldigung, ich komme schon. Und bin hingelaufen, weil man weiß, bei Salzburg spielen darf man nicht die Anfangsphase verpassen seit Pep Leinders da ist. Und wir wurden wieder nicht enttäuscht. Es waren ja am Anfang Conor Nos und Oskar Gloch Meisterschaften. Du hast es wunderschön geschrieben. Was hast du noch im Kopf, was du gesagt hast? Im Zweitrundenduell, Oskar Gloch gegen Conor Nos geht der Israeli wieder mit 22 zur Führung. Also, ehrlich. Vollkommen richtig. Also, es war wirklich, was da sagen, genug drin. Aber, ja, es manifestiert sich das, was wir schon über Salzburg gesagt haben. Vorne Hui, hinten Fui, wenn man es jetzt plakativ betiteln will. Es sind die gleichen Themen. Wir haben es in der Vorschau letztens besprochen, wer das nachhören will am Anfang. Die Außenverteidiger stehen so hoch und dann spielt man hinten alles eins auf eins. Also, in der Restverteidigung ist man dann, finde ich, trotzdem zu weit weg. Und Conor Nos, der sehr gut der vergangenen Saison gespielt hat, der auch heuer, finde ich, einem so wirklich den nächsten Schritt gehen kann. Das wirkt sehr gut, dass er die Tiefe gut anläuft, der vor allem doch auch die Qualitäten hat. Aber, ich habe mir nur gedacht, vielleicht denkt sich Pep Lenders, das hat ja in Liverpool auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob die in Liverpool so gespielt haben. Nur, Fakt ist, es ist ein Unterschied, wenn ich einen Virgil van Dijk in der Innenverteidigung habe oder einen anderen Innenverteidiger. Sie trotzdem sind das gute Spieler, aber van Dijk hat halt die Qualität eines Weltklasse, einer der besten Innenverteidigern, die es gibt. Dann kann man das vielleicht so machen. Also, wir können, glaube ich, zusammenfassen. Egalo Blanca, Egalo Beiru, Egalo Piotrkowski. Wir wissen gar nicht, ob es mit Solé oder Pavlovich vielleicht besser wäre. Vermutlich wäre es dann besser. Nur, Fakt ist, das ist schon auch für diese Innenverteidiger schwer, weil sie sehr alleingelassen werden. Aber das wollte ich eigentlich gerade zusammenfassen. Also, für mich zusammenfassend, dieser Spielstil bräuchte eigentlich ein Innenverteidiger-Duo der Kategorie Pavlovich-Solé, zumindest im österreichischen Vergleich, wo du halt dann auch gerade gegen Gegner, wo du trotzdem hier am 5-1 drüber gehst, eh super, aber wo du dir das leisten kannst, dass du so wenig Restverteidigung hast. Übrigens, Oma Solek ist jetzt gerade reingekommen. Florian Blättenberg sagt, dann Deal zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro wird er einbringen und Wechsel zu DSG-Hoffenheim. Ah, okay. Ja. Es gibt ja auch übrigens Gerüchte, dass Jordi Makengo, linker Verteidiger von Freiburg bei Salzburg, im Gespräch sein soll. Ich bin gespannt, ob sie nicht noch was probieren auf der Innenverteidiger-Position, ob da nicht noch jemand dazukommt. Blanke ist ja übrigens jetzt, das muss ich letztes Mal, ich meinte ja, der ist raus für Biatkowski, aber der war ja verletzt, muss man natürlich dazusagen. Biatkowski hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass er das immer alleine macht. Sag mal, wäre Gunnar Duar nicht eine Idee für die Innenverteidigung, Fabio? Mit der körperlichen Präsenz? Er hat mir letztes Jahr auch schon probiert. Ich weiß schon, aber da war er in der Dreierkette in der Mitte. Ich glaube schon, dass die Innenverteidiger, die sie haben, eine Qualität haben, dass das noch nicht da ist, wo ein Pavlovich war, Wismar. Henry Blanc hat halt jetzt zwei Spiele gehabt, der das vergangene halbe Jahr fast gar nicht gespielt hat. Er ist im Winter gekommen, bei Liefering auch nicht gespielt. Also der wird er ein bisschen brauchen, der wird sich schon adaptieren, man wird was in ihm sehen. Biatkowski hat noch nie so richtig eingeschlagen, muss man sagen, der wurde dann immer verliehen, dann wollte er weg, aber man sieht anscheinend, was in ihm. Und bei Eido war, muss man sagen, vergangene Saison mehr als in Ordnung. Also der hat das sehr gut gemacht und hat sich einen Platz auch erspielt. Der kommt aber erst, muss man sagen. Er ist noch nicht dort, wo er vor der Fischverletzung war. Es hat der Unterschied auch, ob ich daneben einen Pavlovich habe oder einen Spieler, der vielleicht selber mit sich zu kämpfen hat noch. Und das sind die Themen und man muss halt sagen, Salzburg hat jetzt gespielt gegen den GAK und gegen Blau-West-Linz und auch gegen Twente waren die gleichen Probleme erkennbar. Das sind jetzt noch nicht die Champions-League-Vereine, gegen die man da konkurriert hat. Ja, sehr solides Debüt, muss man sagen, von John Melberg, dem in Birmingham geborenen schwedischen Verteidiger, Linksfuß und Sohn von Olof Melberg. Hat links hinten gespielt. Der hat das wirklich sehr solide gemacht. Gute Partie, so ist es. Guindou ist verletzt. War Terzic? Der ist jetzt wurde geschont für... Geschont, weil ich schätze mal rausrotiert. Der hat jetzt ein paar kleinen Schlag oder was vielleicht bekommen hat, aber man hat ja ein bisschen rotiert. Es war auch Nene draußen. Es war... Konate ist verletzt. Der fehlt noch ein, zwei Wochen. Also man hat da ein bisschen durchrotiert. Übrigens ein Interview mit Alexander Schlager in der Halbzeit auf Sky. Danke an die Kollegschaft. Das war, das sehr tief blicken hat lassen. Also für die, die es nicht gehört haben, er hat schon ganz klar gesagt, die Situation ist nicht einfach für ihn. Man hat ihm ein bisschen überrumpelt damit, weil es hat geheißen, es gibt einen Zweikampf um die Position, aber wie soll es einen Zweikampf geben, wenn er eigentlich verletzt ist? Und ganz anders als vergangenes Jahr, wo er doch gesagt hat, er kommt, und das ist ein Konkurrenzkampf, hat er sich schon erwartet, dass die Vereinsführung ihm da den Rücken stärkt, dass er dann auch spielt. So wie vielleicht bei Skärpen bei Sturm, kann man sagen, der auch vor seiner Verletzung zurückkommt. Und er sagt, ja, jetzt steigt er bald ins Mannschaftstraining wieder ein und wird schwer, nämlich auch, dass Plaswig halt Kapitän ist, als Leihspieler noch dazu. Ja, und der auch bisher, muss man sagen, es wird nicht geliefert. Achso, findest? Ich finde, der war schon sehr solide. Also einige Fehler... Du wendest ja den einen, den er zart hat. Ja, ich finde, der hat den Brand schon, aber am Fuß, finde ich, hat er schon einige, ich will nicht sagen Themen gehabt, aber da war alles andere als sicher. Aber sonst hat er jetzt keinen Fehler gehabt. Aber sicher, der Faktor Fuß ist einer, ja, richtig. Er ist am Fuß, glaube ich, nicht so gut wie Schlager. Und er hat jetzt auch, okay, die Szene gegen Zwente, ja, aber jetzt finde ich wenig unhaltbarer gehalten. Er hat gegen Blau-Weiß-Linz nach 25 Minuten zwei Tore gekriegt, war eins dann knapp abseits vor. Sicher, der läuft auf den Tormann zu, trotzdem. Und gegen Gerka hat er auch zwei Tore gehalten. Ja, den ersten macht man aus genial und den zweiten geht an die Innenstange. Aber ja, okay, ja, ich weiß, okay, ja, okay. Ich sage nicht, dass es er schuld ist. Aber, ja. Ja, aber im Gesamten muss man sagen, dass es wieder ein sehr, also kurz für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, es ist eben 5 zu 1 ausgegangen. Und es war am Anfang wirklich wieder diese ersten 15, 20 typischen Salzburg-Minuten, muss man jetzt sagen, und allein das, wo es einfach hin und her geht und unglaublich. Und dann war es aber schon mit Vordauer der Partie so, dass Salzburg jetzt schon in der zweiten Halbzeit war dann wieder weniger Vogelwild. Und dann haben sie es diesmal aber nicht nur verwaltet, sondern auch geschafft, das ein oder andere Tor mehr zu erzielen, weil sie die Qualität mehr haben. Und was du gegen Blau-Weiß-Linz halt gesehen hast, und das dann halt auch in der Kombinationsfreude dann viel funktioniert, wenn der Gegner entsprechend schwächer aufgestellt ist. Und Oskar Kloch hat halt einen Sterntag erwischt, wo er auch mal wieder gezeigt hat, welche Schusstechnik er hat. Ich glaube, Oskar Kloch hat uns darauf vorbereitet, was diese Saison Woche für Woche kommen wird. Aber er wird trotzdem nicht immer so treffen. Du triffst ja nicht immer jeden Ball so gut. Er wird nicht jedes Mal drei Tore schießen. Ja, das meine ich damit. Aber er war gegen Quentin schon der Spieler, der einen Unterschied gemacht hat. Er ist immer super. Dann war das jetzt gegen Blau-Weiß-Linz mit seinem ersten Headtrick. Er war gegen den Ger-Kar nicht dabei. Das war sicher auch ein Grund, dass der Ger-Kar diese Partie sehr lange spannend halten hat können, muss man auf fairer Weise sagen. Weil wenn der spielt, der findet halt dann Lösungen, auch gegen tiefstähende Blöcke. Der zieht zwei, drei, vier Spiele auf sich teilweise und hat noch immer dann eine Idee oder Lösung parat. Ja. Aber wie die da teilweise dann durch die Mitte auch durchkombiniert haben und dann von über die Außen geht es ja sowieso ganz gut mit diesem System. Also das war schon wieder aller Ehren wert und Salzburg auf jeden Fall on the run und in guter Form befindlich. Jetzt spielen sie dann auswärts gegen Twente heute, falls ihr uns gleich hört, um 19 Uhr bereits in der dritten Runde im Rückspiel der Champions League Qualifikation. Gehen mit der Zeit zur Entführung ins Spiel und ich lehne mich weiter aus dem Fenster und sage, sie steigen auf. Auch Jeho war sehr stark. Oh ja, wirklich. Leistung gekrönt mit deinem Tor, sagt man so schön, Fabio, oder? So ist es. Ich blende das bei den Interviews immer sehr positiv. Unsere Fans haben uns so doll gepusht und wenn es ausverkauft, wäre es noch besser. Aber das gibt natürlich Energie da. Da denke ich mir manchmal, du bist nett, du bist nett, Enfield. Ja, ja, da kommt es mir schon vor. Das ist genau der Punkt. Da hat er gut aufgepasst, was sein ehemaliger Coach so gesagt hat. Nur es ist halt nicht wirklich authentisch, wenn ich das in der Red Bull Arena vor 8000 Zuschauern sage, wo halt nicht der Bär steppt. Ich sage jetzt nicht, dass es ein grauer Spiel ist. Überhaupt nicht. Aber ja, sie spielen für die Fans und sie haben, ja, ja, das sagt ja jeder, aber er sagt es sehr oft. Es waren aber 10.700. Entschuldigung. Wirklich knapp 11.000. Es ist halt da nicht so, ich kaufe es mir halt nicht ab. Das war mir auch zu viel. Wenn es jetzt schon in jedem Interview vorkommt, wie wichtig das ist und wie toll. Ja, ich glaube, er probiert sich da wirklich da irgendwas aufzubauen und sich reinzufühlen und da eine gemeinsame Well-Linie zu finden. Nur, wir sind lang genug in der österreichischen Bundesliga als Beobachter dabei, dass wir wissen, Salzburg ist halt nicht das Tollhaus. Ich meine, es ist schon sicher, also das ist jetzt nicht nur abgekupfert und wie auch immer, oder was auch immer, das ist sicher auch eine Strategie von ihm dahinter, dass er sich denkt, dass er mit solchen Worten nach außen in Richtung der Fans vielleicht mehr Leute ins Stadion bringt. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie da so einen Vibe entstehen lassen, eine Energie. Na klar, der wird sich schon Gedanken machen, warum er es sagt. Und der Fußball, den er spielen lässt natürlich, ist auch der, wo du natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass mehr aus der Umgebung Salzburg da ins Stadion einkehren, als unter Matthias Jeißle jetzt zum Beispiel als Negativbeispiel. Also, das ist schon gut und da kann schon was entstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine bewusste Entscheidung war, wieder mehr Spektakel. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Thema ist. Ja, man wird sehen. Ich glaube, dass Salzburg auch weiterkommt. Ich glaube, es wird zwischenzeitlich sehr knapp und sie werden nicht zu null aus der Partie kennen. Übrigens, was ja auch interessant ist, nur weil ich jetzt gerade Spektakel und Red Bull und weil wir wissen ja, warum Fans dort bei manchen Vereinen so handeln und dabei sind bei Salzburg vielleicht etwas weniger, womit das zu tun hat, mit Tradition, Kultur und so weiter. Und diese Geschichte von Red Bull geht ja jetzt ordentlich weiter. Jetzt haben sie ja in Japan einen Drittligisten, das hast du sicher auch gelesen. Und Elite United hat ja auch Red Bull als Sponsor jetzt mittlerweile oder als Hauptsponsor. Sie haben ein Minor Ownership. Am Trikot. Minor Ownership, so heißt das. Okay, danke. Sie haben Teile gekauft. Achso, ja, das ist Englisch, oder? Minor Ownership. Ja, sie haben eine Beteiligung. Ich weiß schon, ja, ja. Aber das ist schon interessant, weil, ja, also es war ja jetzt lang nicht so, dass es einen weiteren Verein gegeben hat und es ist interessant, dass es jetzt sowohl in Japan als auch in England es Interessenslagen gibt offenbar. Ja. Vom Konzern. Ja. Stimmt. Ja, da wollte ich nur für die, die es nicht mitbekommen haben, das wäre, das ist natürlich ein anderes Thema, was da dahinter steckt, aber ist auf jeden Fall nicht uninteressant, weil es doch sehr lang Leipzig, New York, also Salzburg, Leipzig, New York und Brasilien war und nicht mehr. Garna war es einmal dazwischen, der war wieder aufgemacht. Das ist die Akademie, ja, genau, aber richtig. So ist das. Jetzt sollte man eher Akademie in Mali machen, damit die Salzburg-Spieler gleich direkt aus dem eigenen Haus kommen. Wir haben mehrere Kooperationen dort. Ich weiß nicht. Kommen da doch hin. Ja, ich weiß nicht. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Austria und Alltag. Man glaubt es kaum, genau ausgerechnet würde man fast sagen wollen, die beiden Vereine, wo die Cheftrainer schwer angezählt waren, nämlich Austria Wien mit Stefan Helm und der SC Alltag mit Joachim Standfest. Ausgerechnet diese beiden Vereine haben gegen zwei Klubs, denen man wesentlich mehr zugetraut hätte nach den ersten zwei Pflichtspielen in dieser Saison, einen Sieg einfahren können. Die Austria gewinnt zu Hause gegen den WRC mit 3 zu 1. Ja, genau, zwei späte Tore, wo auch wieder eine kritische Situation dabei war mit dem Tor. Alexander Dragovic stellt sich vor mit einem Foul und das zum 0 zu 1 Gegentreffer führt durch, wie heißt er, Zikic? Wie heißt er? Zikic. Zikic. Entschuldigung. Dieben Riegel hat ja auch erwähnt bei Talk und Tore, wie sie auf den gekommen sind, wie die Scoutingräder da gearbeitet haben, nämlich ein Berater hat ihn angeboten. Oh, kreativ. Kein Sportdirektor oder Scout, sondern man hat viele Berater, mit denen man zusammenarbeitet und die bieten dann halt Spieler an und da war auch dieser dabei, wenn sie gescannt haben und dann, ja. Tolle Sache. Und mit einem anderen Berater hat er auch am Wochenende, gegen Ende des Wochenendes zu tun gehabt und da hat er dann bei Talk und Tore erzählt, dass Tehano Ballo nicht zur Lokomotive Moskau wechseln wird, sondern er will ihn weiterhin halten, weil er ist für ihn ein Unterschiedsspieler und er möchte heuer, es geht ihnen finanziell gut, glücklicherweise, und er möchte heuer eine gute Mannschaft haben. Kann auch sein, dass er nur den Preis damit heben will. Das kann natürlich auch sein, aber er hat auch gemeint, dass die Verlängerung Antiporter steht. Ja, das heißt ja nicht, dass wenn Moskau acht Millionen hinlegt, dass sie dann nicht... Und Transferschluss in Österreich ist ja erst am... Das ist ja egal, wenn er nach Moskau wechselt. Transferschluss in Russland ist erst später. Ah ja, stimmt. Aber in Österreich wäre es? Am 5., 6. September im See-Eintrag. Fünfter? Ich glaube, fünfter. Mir ist vorgegangen, dass du es auswendig weißt, deswegen habe ich euch mal gedacht. Normalerweise eh. Ja, alles gut. Fünfter September, ja. Na, überraschend, die Austria, die schon nicht ganz so schlecht war, wie sie dann immer dargestellt wurde. Der WRC hat halt mit Klagenfurt sicher ein einfacheres Los gehabt. Da war auch viele Tore nur aus Standards erzielt. Also aus dem Spiel raus noch nicht so viel. Und auch das Tor war wieder aus einem Standard. Das heißt, aus dem Spiel raus ist der WRC jetzt noch nicht so in die Klänge gekommen. Man will noch einen Stürmer verpflichten. Da ist man... Man sagt, dass es relativ schwierig ist. Und man überlegt auch, rechts hinten noch einen Spieler zu holen. Rechts hinten? Ah ja, okay. Ja. Warum nicht? Aber Sie haben ja... Sie haben ja Jungstürmer... Den Jungstürmer haben Sie ja... Ramoko. Nein, die Jungstürmer haben Sie ja... Morgenstern. Wie heißt der? Koizek? Wie heißt der jetzt? Koizek. Koizek. Koizek spricht man auch so. Gericht Koizek. Den haben Sie ja jetzt einen Bruchvertrag gegeben in den letzten Tagen. Der hat mir schon im Ansatz, wo ich ihn kurz gesehen habe, gut gefallen. Das ist ein sehr guter Spieler. Aber traust du dem zu, dass er schon... Oder der wollen Sie halt nur wieder zu? Weil dem werden Sie nicht so viel Spielzeugen. Sie wollen noch einen Stürmer holen. Ich habe es ja letztens angesprochen. Ich glaube, dass Sie keinen brauchen, weil Sie mit Savica und Koizek und auch Karamoko gibt ja noch ein paar Spiele. Sondern auch, dass man da breit genug aufgestellt ist. Koizek. Aber... Erik Koizek. Erik Koizek will noch einen Stürmer haben. Und ja. 18 Jahre übrigens. Erik Koizek. Geburtsort. Sloven Gradec. Ein Mittelstürmer. 2006er, wie der Fabio sagen will. Die Austria, da ist es ein bisschen ruhiger. Es gab Spruchbänder gegen Jürgen Werner und Manuel Wartlechner. Ja, es ist natürlich nicht einfach. Die Austria jetzt mit dem Sieg, es ist ein bisschen ruhiger. Aber man kann davon ausgehen, eine Niederlage nächste Runde und man ist wieder am gleichen Punkt. Fakt ist, man muss diese Saison einfach abliefern. Man muss fast in die Meistergruppe kommen. Man muss die Entwicklung jetzt einmal voranschreiten, weil die vergangenen Jahre scheinbar nicht so eingetreten sind, wie man sich das erhofft hat. Alexander Dragowitsch in seinem Comeback-Interview aus Kai dann auch mit klaren Worten, dass er die Fans versteht. Hinten raus, volle Liederqualität. Hinten raus wirklich. Er versteht die Fans, aber sie sollen alle ein bisschen ruhiger bleiben und die machen schon einen guten Job ordentlich, Nandwerner. Am Anfang hat er geklungen wie ein Deputant in der Bundesliga. Dass er ein bisschen nervös war vor der Partie, also die Anspannung war halt da und der Ding war sehr sympathisch. Ja, vielleicht hat er zu oft die es aufs Serbisch gegeben in letzter Zeit. Nein, aber es war jetzt nie der, der so gerne, glaube ich, ausführlich in der Serie gegeben hat. Aber sehr sympathisch. Ja, voll sympathisch. Freut mich, dass er wieder da ist. Tut natürlich auch der Austria-Familie gut. Schöne Sache. Und der wird da in der Kabine oder am Feld einfach seinen Mitspielern helfen. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, der zweite Verein, der überraschend dann gewonnen hat nach einer sehr schwierigen Woche, vor allem in der Öffentlichkeit, aufgrund der Aussagen von Sportdirektor Roli Kirchler, ist der SCR Alltag gewinnt in Linz beim LASK, wer hätte es gedacht, mit einem Rekord, mit einem neuen Rekord. Hast du gehört? Erstmals, dass eine Mannschaft mit nur 20% Ballbesitz ein Spiel gewinnt in der Pulsie. Erste Halbzeit waren es, glaube ich, 10%. Wobei man dazu sagen muss, die Statistiken, ich weiß nicht, wie lange die Statistiken das aufzeigen. Ja, trotzdem ist es Wahnsinn. Erste Halbzeit waren es 10%. Erste Halbzeit war der LASK auch richtig gut. Also ich glaube, der LASK, wenn man die ersten drei Halbzeiten dieser Bundesliga-Saison hernimmt, dann war der LASK eigentlich die stabilste Mannschaft bis dato. Jetzt haben sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gespielt, waren nicht mehr so geduldig, haben auch 100 Pässe weniger gehabt als in der ersten Halbzeit. Ja, die waren klar dominant, haben dann die Tore nicht gemacht, aber das wird gegen einige Teams so sein. Und Stojanovic hat einen Top-Tag erwischt. Und Gustavo hat die zwei Tore gemacht. Der war richtig gut. Und Gustavo war gut. Und Thomas Tarasch hat es bei der Pressekonferenz einfach so zusammengefasst, ja, nach dem Krieg sind wir alle Generäle. Also hat mir gut gefallen. Und ja, er hat auch gesagt, die Köpfe waren hängend bei der Mannschaft. Aber er findet, dass es nicht viel... Also natürlich, man muss daraus lernen und das darf nicht wieder passieren, aber es war grundsätzlich ein guter Auftritt und ich glaube, so muss man es auch einordnen. Es war ein guter Auftritt, wo man sich nicht belohnt hat. Und es ist natürlich aus Lask-Sicht schön zu sehen, dass die Spieler extremst hadern und unzufrieden sind, obwohl man trotzdem noch immer einen Punkt mitgenommen hat. Ja, gegen gestrauchelte Alterer, ja, zu Hause und und. Aber ich glaube schon, dass der Lask sehr gut sein wird heuer und auch diese Lösungen noch finden wird. Wie Punkt mitgenommen hast du jetzt? Achso, den haben wir verloren, Entschuldigung. Achso, ja, okay. Ich habe gedacht, nein, nein, war mein Fehler. Sie haben 2 zu 1 verloren, ja? Genau. Robert Schuhl mit dem 1 zu 0 in der 18 Minute und Gustavo Santos mit den Treffern in der 27. und 69. Minute für alle, die das Spiel nicht gesehen haben und das Ergebnis nicht weisen, für alle Motorrad-Facher da draußen. Und man darf auch nicht vergessen, beim Lask fehlen aktuell noch Entrup, Bordeng, Flecker, Lubitsch, Mustafa, Andrade, Talovierow und der neue Galvez. Also, das sind 8 Spieler, wo jeder in der Startelf stehen könnte und ich bin eh gespannt, wie sie es dann lösen. Wir könnten anfangen, den Namen Bordeng nicht mehr anzusprechen. Der spielt eh nie. Gehen wir ihm keine Aufmerksamkeit. Du hast ihn gerade erwähnt. Ah ja, stimmt. Aber, B-Punkt. Nein, aber es ist, übrigens, auch da gab es einen Bericht dazu, wenn du es schon erwähnst, von Sigmund Gruber, der gesagt hat, sie haben sich mit den Themen rundherum nicht beschäftigt, weil das interessiert sie nicht. Ihnen geht es darum, was am Platz abgeliefert wird. Nur das Rolstein. Bla, bla. Ja, ich habe es nur erwähnt. B wie bla, bla. So, und Avi Alaba, übrigens für alle, die per Video dabei sind, das ist toll, in der Sauna ein bisschen, diese Avi Alaba, kann man die nicht bestellen, diese Getränkeuntersetzer? Und jetzt, Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Danke, lieber Matthias. Für alle, für alle, das macht mich extrem nervös und die ganze Zeit dann wachlich. Sorry, hör auf. Aber für alle, die, die gute Wachel, gutes Wachelutensil brauchen, Getränkeuntersetzer, Getränkeuntersetzer bei uns im Shop auf scabc.at tatsächlich ja stehen. Es ist nicht die erste, also es war jetzt nicht die Grundidee von den Getränkeuntersetzen, aber man sieht, es gibt viel Potenzial, man weiß auch im Sommer gibt es immer viel Kondenswasser bei kalten Getränken, die man gerne trinkt, zum Beispiel auf der Terrasse, dann kann man sich das hinstellen und dann hat man wirklich zwei in eine. Und dann kann man in Ruhe das Malbuch ausmalen. Genau, währenddessen kann man das Malbuch ausmalen. Das ist auch wirklich, es gibt viele gestresste Menschen, die Werbung Ende so Wanderlas malen zum Beispiel und man kann das auch so machen, Avi Alaba und Co. Also Helm und Standfest sind nicht in einem Buch drinnen übrigens. Haben, glaube ich, ein schönes Wochenende so mit gehabt und können ein bisschen entspannter jetzt in die kommende Woche gehen, wo es ja auch nicht unbedingt viel einfacher wird. Ich tue aber ein lustiges Interview von Roli Kirchler, oder? So, ja, er kriegt jetzt wieder die Rote in das Fenster gesteuert, weil dann gewinnt das die nächste Partie auch. Also, das ist ja wieder dann sympathisch von Kirchler, aber es ist schon, ja, lustig. Wen haben die jetzt? Alter spielt zu Hause gegen den WRC und die Austria muss nach Hartberg. Die Hartberger zwar mit null Punkten, aber mit Sturm und Lask als Gegner, ja, ich glaube, nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Die haben schon trotzdem gut gespielt. Kann man gleich springen, oder? Du warst im Stadion bei Sturm gegen Hartberg. Ja, guter Punkt. Hartberg ist vielleicht jetzt noch nicht so weit, wie es das vergangene Jahr war. Ich habe mir gedacht, die sind schon weiter. Aber trotzdem ist es gut. Also, das ist über weite Strecken klar erkenbar, was sie spielen wollen. Sie lösen die Situationen sehr gut. Oder so Sturm, die ersten 15 Minuten haben sie da schon immer wieder. Sturm hat hohe Ballgewinne erzielen können, aber dann hat auch Hartberg das lösen können, hat es klein klein gelöst, hat dann aus dem Druck rausgespielt mit Verlagerungen. Die machen das schon sehr gut. Und auch Sturm, auf der anderen Seite, muss man halt sagen, sie haben es nicht geschafft, gegen Hartberg dann ab Minute 15 die Bälle zu gewinnen. Das wird natürlich dann in der Champions League auch ein Thema sein. Sturm wird in der klassischen Raute über einen Großteil der Spielzeit. Eigentlich ein Elf wie vergangenes Jahr. Einziger Unterschied, dem jetzt auf die Schnelle einfällt, dass man mit Aiwu in der Innenverteidigung gespielt hat, statt Affengruber oder je nachdem. Ansonsten bekannte Gesichter vorne mit Kamara neben B-Ref, der sicher der beste Spiel. Der hat nicht so viel Stamm, also er war nicht so oft in der Stamm. Kamara war aber sicher der beste Offensivspieler von Sturm, gerade in der ersten Halbzeit, wo er sehr viele Wege gemacht hat und auch das Tor im Endeffekt gehört zum großen Teil ihm, der das Duell da gewinnt gegen Komposch, der ihm da gefühlt auf drei Meter zwar abnimmt, nah, der macht das schon richtig gut, spielt dann in den Rückraum, wo, glaube ich, Stankovic schon auf Lavalée weiter spielt und der dann das 1 zu 0 erzielt und das hat das Spiel natürlich gekippt, davor hat Hartberg schon noch immer wieder gute Aktionen gehabt, die sie da nicht zauberfertig gespielt haben. Also das muss man in Ankereien auf TI und Prokop oft schlampig, Meech hat ein bisschen Licht und Schatten, hat in gewissen Situationen gute Bälle gehalten, dann auch wieder sehr einfache Fehler gemacht, im Gesamten auch sicher bei Sturm nicht einfach, also für beide Mannschaften schwer gewesen, bei 33 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit zu kicken, es war schon sehr, sehr heiß. Man hat es dann gemerkt, also man hat es auch am Samstag bei der Einwanderpartie gesehen, wenn das halt mit richtig hoher Intensität einfach schwierig Fußball spielen ist bei solchen Temperaturen. Ist für beide gleich, aber ist dann natürlich für alle Beteiligten nicht einfach. Ja und auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass nach diesem Grottenstart gegen Rapid, wovon die zweite Halbzeit ja wirklich unterferner liefen war für einen amtierenden Double-Gewinner, dass Sturm schon jetzt gezeigt hat, dass doch etwas mehr in ihnen steckt, als was man in Wien-Hütteldorf gesehen hat. Ich habe die Rapid-Sturm bei denen nicht wirklich gesehen, nur in Ausschnitten und dann zweite Halbzeit eigentlich, aber ja, Sturm hat jetzt gegen Rapid sagen viele Leute eine sehr, sehr schwache Leistung geboten, vielleicht die schwächste seit einem Jahr oder was, es ist von vielen gekommen, es war jetzt gegen Hardberg vielleicht auch nicht noch das Feuerwerk, aber sie stehen da mit drei Punkten, sie haben zwei Mannschaften bespielt, die nicht einfach zu bespielen sind und sie haben gegen Rapid, dann glaube ich Grottig gespielt und nur 1 zu 0 verloren in Wien-Hütteldorf, also ich glaube die Erwartungshaltung ist schon noch wohin gestiegen, ich glaube vor ein, zwei Jahren war das nicht selbstverständlich, dass man Rapid jedes Mal schlägt und das hat sich dann eben so entwickelt, vielleicht gerade hinten raus in der letzten Saison, wo man es dann drei, vier Mal am Stück geschafft hat, nur gegen Rapid 1 zu 0 verlieren, darf man, das ist glaube ich in der österreichischen Bundesliga einfach eine gute Mannschaft, gerade zu Hause mit den Fenstern, noch einmal einen dicken schwerer und gegen Hardberg ist es auch nicht einfach spielen, die guten Fußball zeigen und man ist nicht so gut drauf und ist glaube ich trotzdem von den Resultaten in Ordnung dabei, also ja. Auf jeden Fall interessant, auch wer auf der Bank Platz genommen hat und wer nicht auf der Bank Platz genommen hat, gerade bei Sturm, also das weiß man jetzt, es ist diese, und auch bei Hardberg, bei Hardberg war Providance nicht dabei, der war ja auf England-Tournee, kann man sagen, das ein oder andere Probetraining, wusste auch zu überzeugen, der wollte doch schon letzten Sommer eigentlich weg, oder? Der war schon ein Jahr zu lang in Hardberg. Bei den letzten Sommer gebe ich Covid gehabt, wo niemand mehr Covid hatte, der wollte nicht unbedingt trainieren, ja, ist natürlich jetzt von Paris-Herschmer als Rohmeister der nächste Wegezeit unbedingt Hardberg und ich glaube, da war er ein bisschen gefangen in seiner Welt, die er nicht unbedingt wollte. Aber jedenfalls, der, könnte ich mir vorstellen, dass der dann noch den Schritt geht, da könnte Hardberg sich auch Geld machen, übrigens ein Spieler, der über das Netzwerk von Lirob und Dellenbach den Hardberg andockte. Der einzige, oder? Ich glaube, der einzige, ja, wirklich. Da haben sie noch dürfen. Jetzt sind die ja nicht mehr so nah. Naja, und bei Sturm nicht dabei, diesmal Amadou Dante, der ja abgegeben werden soll, Simon Wodacic, der wohl auch abgegeben werden soll, und auch Manprit Zakaria, der abgegeben werden soll. Also, ja, mit dem will man dann ja auch noch, der setzt noch ein Jahr den Vertrag, und da möchte man natürlich auch noch Geld machen mit ihm, wobei ja überall steht, dass er weg will. Ich glaube, es ist nicht so klar, wie es nach außen kommuniziert wird. Nicht so klar einsamlich. Der Sturm ihn verkaufen will, ist, glaube ich, bekannt. Ja. Aber es wirkt immer so, als ob Flodacic, weißt du, was ich meine? Flodacic, der Tante ist die Frage, ob man eine Laie macht oder ob man sie fix abgibt. Wird wahrscheinlich auf die Angebote ankommen. Ja, und schon kommen wir an, ich war auch noch nicht im Kahl, weil der ist noch nicht ganz fit, glaube ich. Okay, auf den freue ich mich schon, wenn der fit ist. Ja. Der hat großes Potenzial. Toller Spieler. Voll, ja. Jetzt, wo Alexander Brass bald gemeinsam mit Oma Solé in Hoffenheim verteidigt. Toll eigentlich. Das sind dann, vielleicht haben die dann nächstes Jahr zwei Verteidigungspositionen mit DBLDW-Alumni besetzt. Ja, bei der war die drei Alumni sagen. Ja, Sturm gegen Hartberg waren ja einige Prüferliga-Alumnies. Mit Patrick Mietz, Tommy Horvath, Jürgen Goran Stankovic und Benjamin Makusch. Benjamin Makusch, so ist es. Also, der auch eine sehr gute Partie erste Halbzeit vor allem gespielt hat, sehr passsicher. Der hat mir dann erstmal nicht so, also auch nicht gespielt, hat er in der Vorbereitung nicht so gut gefallen. Da war er okay, schon eine hohe Passqualität, aber hat diesmal immer wieder Lösungen auf engstem Raum gefunden und das ist schon wichtig, dass du so einen Spieler hast, den du auch anspielen kannst, der dann die Bälle hält und nicht direkt verliert, dass du einfach ein bisschen Entlastung über Ballbesitz hast. Hat dann Hartberg eh zu wenig gehabt im Endeffekt, weil bei der Hitze es dann schwer ist, wenn du dem Ball immer nur nachlaufen musst, aber ich bin recht positiv bei Hartberg, dass die da in die Spur finden werden, auch wenn sie aktuell das einzige Team sind, das noch nicht gepunktet hat. In der vergangenen Saison haben sie aber gegen Lustiger und Blau-West-Linz die ersten zwei Runden gehabt und sie haben mit zwei Punkten da gestartet. Ja, auch sehr gut gestartet. Du, aber ich möchte dich nur eine Sache fragen, weil du ja jemand bist, der Spiele ganz genau beobachtet und auch Spieler einzeln. Vielleicht, dass die in einer Richtung genau hingeschaut, oder was würde mich interessieren, wie hat sich Fabian Wildfinger getan? Besser. Ja, weil der ist ja verlängert worden jetzt auch unter der Woche. Im Sechs sagt, ja, also wie der das annimmt, aus der Landesliga, sozusagen vierten Liga, in die Bundesliga, eigentlich ins kalte Wasser geschmissen zu werden, es macht das super. Also da muss man wirklich sagen, das ist toll und durch den Respekt, die Frage ist, ob das das reicht, was Hartberg will. Ich finde, vom ersten Spiel zum heutigen Spiel war eine Steigerung erkennbar. Und vielleicht ist er auch die Lösung. Also Hartberg wird uns auf der Position eventuell noch was suchen, aber vielleicht ist er die Lösung. Man würde es ihm wünschen, man darf nur eine Sache nicht vergessen, Wildfinger spielt jetzt auf der halbrechten Position und Kompos spielt dadurch auf der halblinken. Der Vergangenes ist noch nicht immer auf der halbrechten gespielt und er gerade durch seinen Aufbau, gerade durch seine spielerische Komponente als Rechtsfuß, natürlich rechts im Spiel mehr gut tut und du nimmst ihm damit natürlich eine Waffe, die er hat im Aufbau, weil er kann, also es gibt auf dem Niveau wenig Spieler, die links und rechts exakt gleich gut sind und das ist so, dass er da rechts sicher mehr im Spielaufbau, im Ballbesitz, beitragen kann, was halt seine Stärke auch ist als auf der halblinken Position und deswegen muss man das im Gesamten so betrachten, dass er nicht nur die Frage ist, wie gut ist Wildfinger, sondern wie viel beraube ich auch Kompos seiner Stärken. Also du willst einen Linksfuß oder einen Rechtsfuß, der auch auf der halblinken Position Ich frage, es kann Wildfinger das auch halblinks spielen. Ich verstehe. So wie es aktuell ist, ist es okay, nur, ja, die trainieren täglich, die werden sich dabei was denken, Markus Schopp ist vielleicht der beste Trainer der Bundesliga. Also der wird schon wissen, was er tut, dem brauchen wir keine Ratschläge geben. Wer ist jetzt der beste Trainer der Bundesliga? Markus Schopp, Christian Ilzer, Gerhard Schaib-Lena? Das sind für mich die Top 3 und die... Thomas Darasch? Er ist noch zu kurz dabei, aber die drei, die du gesagt hast, Schaib-Lena, Ilzer und Schopp sind alle auf ihre Art und Weise die besten Trainer. Ja, Schopp ist wahrscheinlich der Trainer, der die Spieler am besten weiterentwickelt. Und der am meisten wahrscheinlich aus dem macht, was er hat, aber bei Schaib-Lena hat er letztes Jahr auch viel ausgemacht. Schopp ist der Trainer, der die Spieler, finde ich, am besten weiterentwickelt. Ilzer ist der Spieler, der... Trainer? Der Trainer, der die größten Erfolge oder der die größte Erfolgswahrscheinlichkeit maximieren kann, weil dafür steht er, er kann Finale gewinnen, er hat die Meisterschaft... Also der schafft es, Energien zu bündeln und dann im Endeffekt aus Spielern das beste Team zu machen. Und ich glaube, Schaib-Lena hat dann den besten Plan und holt das meiste aus seiner Mannschaft raus. Also ich glaube, so kann man es vielleicht ein bisschen unterteilen. Wolltest du Schaib-Lena sagen? Schaib-Lena. Weil er einen Brasilianen im Sturm hat. Nein, okay. Schaib-Lena wäre ja ein schöner Spitz, aber Schaib-Lena. Aber war nicht mein Plan. Okay. Und abschließend noch... Achso, nein, der zweite schon... Ich bin halt lästig. Ich habe halt den Experten Schaub bei mir, da muss ich ein bisschen reden. Fußball-Enthusiast. Ja, Emmanuel Aiwu, der Ersatz für David Affengruber, der ja auch mit großen Vorschuss, glaube ich, nach Gras gekommen ist. Wie hat er dir gefallen? Muss ich sagen, habe ich gar nicht so arg darauf geachtet. Hat weniger Aktionen gehabt, ist dann teilweise im Aufbau steht ein bisschen höher oder dribbelt auch an. Also ist schon einer, der, den es ein bisschen nach vorne drängt, der sicher auch auf der Sechser-Position spielen kann. Hat er auch schon gezeigt. Das, glaube ich, schon. Aber ja, Sturm war hinten stabil. Hartberg hat es noch nicht zauber fertig gespielt. Sturm hat es gut gemacht. Wüttrich ist noch immer der Anker hinten drin, der sicher die stabile Konstante hinten ist. Aber Aiwu hat eine gute Rettung an einem Endekut, wie es Kerpen gedacht hat, der muss ein bisschen dribbeln. Nein, aber auf alle Fälle solide Leistungen. Okay, danke. Das waren jetzt die Fragen. Weiter Programm. Ich wollte noch zu Hartberg was sagen. Bitte. Die brauchen ja bis zur nächsten Saison ein Stadion. Ja. Dass diese Pläne, ich habe mir ein bisschen umgehört wieder, diese Pläne, dass dieses Stadion weiter draußen gebaut wird, was jetzt auch nicht unglaublich weit ist. Jeder, der in Hartberg war, höher als McDonalds, also Luflinie 600 Meter, glaube ich. Ist aber für viele Hartberger ein Torn im Auge, weil das ist nicht mehr in der Stadt. Ja, auf jeden Fall, das wird sowieso nicht gebaut, weil zu teuer und geht's ja nicht mal aus und, und, und. So ist der aktuelle Stand zumindest. Dann gab es ja die Überlegung, das aktuelle Stadion zu adaptieren. Da gab es ja mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass man das Stadion quasi ganz geschlossen hat, weil das wird auf kurz oder lang auch ein Bundesliga-Kriterium werden, dass man das Stadion geschlossen haben wird. Bin gespannt, wie der Wert C das löst. Vielleicht mit einem Absperrgitter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass das geschlossen wird. Gab es aber einige Anrainer, die sich beschwert haben, unter Spar, dass dann keine Sonne mehr hinkommt. Also auch sehr spannend. Wie löst man das? Es gibt ja zwei, drei Probleme. Ein Problem ist das Stadion, das heißt keine mobilen Tribünen, keine Leiergerüste. Das heißt, man muss das in die Erde reinsetzen. Die darf nicht mobil sein. Das Zweite sind natürlich die Parkplätze und die Zufahrt für, nicht nur für Spieler, Trainer, Funktionäre, ist ja auch alles eigentlich zu klein. Also die Räumlichkeiten von Kabinen angefangen, und das ist alles zu klein in Wahrheit. Das muss auch mal adaptiert werden, aber das ist kein Bundesliga-Kriterium, das passt. Aber für Sky und für die TV-Produktion ist das angeblich auch ein Riesenproblem, dass die Parkplätze, die Zufahrten und, und, und nicht passen. Da wird man eine Lösung finden müssen, ich glaube, da arbeiten wir noch. Mit den Gerüsten oder den Tribünen hinterm Tor, das sind die zwei hinterm Tor, möchte man angeblich so Betonsockel einfach reinmachen, also das Gerüst weg. Man macht einen Riesen-Beton-Sockel hin. Das Dach kann man ja mit Leiergerüst quasi lassen, weil Dach ist ja keine Vorschrift. Der Außerzektor muss überdacht sein und gewisse Anzahl an Sitzplätzen, aber die darf ich ja so überdacht haben. Und ja, und dann soll das einfach ähnlicher ausschauen wie davor, nur dass halt statt einem Leiergerüst Betonklötze dort wahrscheinlich sind. Kostet trotzdem, glaube ich, siebenstellig. Wahnsinn. Das ist der aktuelle Stand. Und was dann wirklich passiert, werden wir sehen. Offiziell gibt es ja noch nichts vom Verein. Man kann sich da immer nur ein bisschen umhören, wie die Stimmungslage und die Meinungen und der aktuelle Stand der Dinge sind und ist, wird man dann sehen, wenn es dann was gibt. Übrigens auch schön, weil du gerade Stadion ansprichst, weil geht es um die ZuschauerInnen. Ausverkauftes Haus in Graz in der zweiten Runde. Habe ich auch schön gefunden, Entschuldigung, weil es waren doch einige Plätze frei. Ich bin gespannt, was sie jetzt ansagen. Die Zahl der registrierten Tickets, die rein sind oder Dinge. Aber sie sind es charmant gelöst mit ausverkauftem Haus. Ausverkauftes Haus, aber es sind viele nicht gekommen. Das ist eh logisch. Ja, ja, ist schon klar. Die Saisongarten sind limitiert, das kann man gerade gar nicht mehr kaufen bei Sturm. 10.000 was Maximum und natürlich ist Urlaubszeit. Aber trotzdem schön, du siehst natürlich, was sich da jetzt tut. Das ist natürlich interessant, was Sturm daraus macht. Man weiß ja, dass bei Rapid auch vor gar nicht allzu langer Zeit nicht so viele Menschen im Stadion waren und Sturm jetzt mit diesem Mitgliederboost auch. Natürlich hauptsächlich da deshalb, weil man halt Karten für gewisse Spiele haben möchte. Sehr interessant. Bin auch gespannt, ob die Champions League dann im Endeffekt ausverkauft sein wird. Das ist ja sehr viel schon im Vorverkauf gewesen, das ist aber dann wohl die Frage, welche Gegner da in Klagenfurt zugegen sind. Ich glaube schon, dass Sturm da bei allen Spielen ausverkauft sein wird. Ich wüsste es nicht gegen, also, ja, aber wird man sehen. Wird man sehen. Wir haben als nächsten Punkt das, das könntest du laut sagen, das halbe Auge. Achso. Das halbe Auge. Zwei Fragen und zwei Antworten. Bla 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 bla. Bitte. Jetzt erst wollte ich anmerken, dass Kiki Leroy so nett war und uns über die Repeat Chore aufgeklärt hat. Ich glaube, da haben uns einige Leute aufgeklärt. Ja, aber zum Beispiel, achso, haben einige. Einige Leute haben uns zu spielen. L40 steht für Hütteldorf, 96 ist das Gründungsjahr der Tornados, die die Chore gemacht hat und jetzt merke ich gerade, dass ich das nicht weiter aufmachen kann, weil es ein Screenshot ist. Schade, sonst hätte ich euch die anderen Zahlen auch noch erklärt. Ich kann es nicht mehr lesen. Kannst du darauf zugreifen? 1312 ist noch da. Ja, 1312 ist glaube ich selbsterklärend. Ja. Und dann war noch, war da nicht nur 33 die Mission? Genau, die Mission 33. Wir haben auch auf Spotify einige Infos und Fragen und Nachrichten bekommen. Eine ist erst vor kurzem reingekommen, finde ich schön. Schauen wir nicht 1312 doch erklären? Für alle, die Sie es nicht wissen. Das steht für ACAB, oder? Also all cops are Bastards. Also nach Runde 2 ist eure Folge, nach Runde 1 schon lustig, war dann doch nicht so gut. Der WRC und Rapid wieder am Boden der Realität aufgeschlagen und erster Lask. Da möchte ich nur einhaken, Rapid habe ich nie so in den Himmel gejuckt. Wir, ich finde auch, dass wir relativ, wir waren relativ zurückhaltend. Aber WRC stimmt, Lask finde ich noch immer gut. Aber wir haben beide gesagt, du hast gesagt, dass Rapid nicht um den Meistertitel mitspielen wird und ich habe gesagt, super für Rapid. Ich klare dir auch darüber, bitte nicht den Fehler machen, jetzt zu glauben, dass da jetzt alles irgendwie super ist, weil das ist natürlich auf sich dann eine andere Geschichte als jetzt. Rapid ist ja für mich ein bisschen so das österreichische Nationalteam bei der Euro. Also gefühlt der heißeste Scheiß, aber man muss dann erst, wenn es darauf ankommt, beweisen, dass sie in den entscheidenden Spielen wirklich da sind und der erste Beweis kann schon am Donnerstag angetreten werden, wenn es im Rückspiel gegen Traps und Spohr heißt, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen, weil ich bin überzeugt davon, dass Traps und Spohr, weil wir am Donnerstag noch reden, in einer anderen Ausstellung und Einstellung in dieses Spiel gehen wird. Hashtag nicht mehr unterschätzen. Sehr schön. Wir haben einige Hot-Tags auch bekommen, die gehe ich nachher schnell noch durch. Aber jetzt bitte. Okay, aber genau, machen wir eine Frage. Soll es in Österreich Profi-Scherries geben und ich sage, Thorsten Mara will es schon. Robert Klaus übrigens auch gesagt, Robert Klaus hat gesagt, er hätte gar kein Erfolg sehen. Ja, sicher wäre das wünschenswert, aber da gehört ja viel dazu. Du musst ja dann auch diese Schiedsrichter nach ihrer aktiven Karriere, die können ja nicht mit bis 55, 60 pfeifen, die müssen ja dann bis zur Pension auch was machen und müssen ja auch Arbeitsplätze rundherum schaffen. Das ist gleich ein Thema, was man generell im Großen und Ganzen betrachten müsste, aber es wäre wünschenswert. Aber der Vollständigkeit möchte ich schon eine zweite Frage, weil wir das Spiel dann auch angesprochen haben. Wie ist gegen GRK, haben wir schon gesagt, ging 0 zu 0 aus, weil es kein Leckerbissen und deswegen auch die Frage von Daniel Leubner. Schlechtestes Spiel der Saison schon in Runde 2? Fragezeichen. Glaube ich nicht, das ist das Schlechte. Es ist immer die Frage, was man als gut und schlecht sieht. Was ist richtig? Also Salzburg-Spiele sind defensiv oft sehr schlecht. Nein, also ich glaube jetzt, das Spiel war ja, sag ich mal, nicht von Intensität und Chancen geprägt. Waren beide taktisch sehr diszipliniert, sind gut gestanden. Das ist natürlich jetzt für den objektiven Zuschauer nicht wirklich spannend zum Anschauen. Und das war sicher auch kein hochklassiges Spiel, aber ja, nach Runde 2 ist vielleicht ein bisschen früh. Das zu sagen, es wird sicher nicht um die in einem Jahresrückblick vorkommen, sagen wir mal so. Das glaube ich wohl auch, ja. Wir haben einige Hotdecks bekommen, wir haben es einmal gefragt vor einiger Zeit. Ich gehe einfach mal durch und machen wir einfach Gas oder Trash bei den Hotdecks. Ja, hopp auf, genau. Also, Christopher meint, fünf Runden vor Schluss haben noch drei Vereine die Chance, rechnerisch Meister zu werden. Heißt dann Gas? Ja, ich glaube es auch, oder? Oder Gas ist einfach nur geile These? Ja, geile These. Gas, geile These. Wattens spielt oberes Playoff beziehungsweise das Europa Cup Playoff. Ja, Gas. Der GK sichert sich am vorletzten oder letzten Spieltag den Klassenerhalt. Trash, schaffen sie früher. Mit der Einführung der Captain's Rule wird die Anzahl der gelben Karten in dieser Saison nicht steigen, sondern deutlich zurückgehen. Gas. Janosch, Blau-Weiß-Linz holt gegen Salzburg mehr Punkte wie gegen Altdach. Als gegen Altdach? Wer nochmal was? Blau-Weiß-Linz holt gegen Salzburg mehr Punkte wie gegen Altdach. Ach, so war die These. Trash. Wegen wie und als? Ja. Harry Kane meint Hot Take, die Austria verliert im Donaupark hoch und Helm wird am selben Abend noch entlassen nach nur einem Bundesligaspiel. Ja. Das war dann wohl Trash. Ja, war gar nicht so weit weg. Aber Harry Kane trifft selten richtige Entscheidungen. Sie haben verloren und das wurde diskutiert. Übrigens, es war der erste Sieg von Blau-Weiß-Linz gegen die Austria seit 1991. Wow. Hummels wäre perfekt für Salzburg. Von Blau-Weiß-Linz seit 1991? Mehr Blau-Weiß übrigens der erste Sieg seit 1991 gegen die Austria. Ibertsberger könnte einer der Studie aus werden harmoniert mit Nose. Okay, ja gut, alles klar. Michaelos 07 Hot Take. Hummels wäre perfekt für Salzburg. Salzburg wäre perfekt für Hummels. Trash? Harry Kane schon wieder. Stell dir vor, wenn die stehen so hoch und dann soll der alte Hummels nachlaufen, müsste es ihnen das ausgehen. Naja, wenn der Restwiederung besser ist. Standfest wohl wieder standfest im Sattel nach dem Sieg in Linz. Der Lask mit seiner Leistung unter aller Würde liegt vielleicht an den Rosa-Dressen. WSG gegen Gerkawa qualitativ ein Landesligaspiel. All das standfest nach diesem Spieltag. Ja, Trash. I guess. Lorenz hat noch Hot Takes. Lask spielt wieder eine klassische Lask-Saison. Overrated. Trash. Ich glaube, die stehen fast gut. Blau-Weiß-Linz schafft es in die Top 6. Absoluter Trash. Salzburg wird Meister ist für mich kein Hot Takes. Nein, das ist halt, ja genau, Geiss. Austria-Wien schafft den Klassenhalt knapp. Das ist lustig, Geiss. Das war's. Danke für eure Hot Takes. Wir freuen uns. Kommentiert es auf Spotify unbedingt dazu und abonniert den Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Dann kriegt es immer die neuesten. Oder aber jetzt ist es auf Insta, weil wir haben jetzt nämlich über 2000 Insta-Abo-Follow Ihnen, keine Ahnung. 2K, we are 2K, we are on our way to 3K. Und irgendwann sind wir dann auf 4K. Stimmt, wir sind nur auf, wir sind für weniger. So. Bist du bereit für das Orakel? Ja. Oh, das war das Quiz. Unter einer Stunde. Dann könnt ihr ja länger Zeit kriegen zum Raten, oder? Schwer heute, oder? Zusammengespielt mit Jeleten Ruwella. Ja, super. Kann ich schon aufgeben. Das DB-LDW-Orakel. Zusammengespielt mit Zlatko Junuzovic und Christoph Sauer. Mit Heinz Atzberger und Thomas Krumser. Mit Johnny Ertl und Paul Schaner. Mit Hannes Aigner und Edi Glieder. Patrick Jeschöhn. Mit Vladimir Janoczko und Alexander Hörtnagel. Roland Kirchler. Mit Andi Lassnig, Mario Mühlbauer und Roland Kirchler. Mit Pascal Ordner und Wolfgang Feiersinger. Florian Metz und David Wimbley. Mit Markus Schopp, mit Ronald Gasalio und Patrick Jeschöhn. Heinz Atzberger. Jürgen Panis, Jürgen Panis, Manuel Ortlechner, Rene Aufhauser und auch Andreas Ibertsberger sowie Manfred Schmidt und Konstantin Wawra sowie Tidi Kübauer, Roli Kollmann und Mario Hübler. Rabia Folabi haben wir schon mal gehabt. Thomas Mandl, Jürgen Kautz, Joachim Standfest, Emanuel Pogetetz, Helge Payer. Christian Fuchs. Es geht zu schnell. Harald Czerny, Gernot Zick und Hannes Jochen. Rene Aufhauser. Zusammengespielt mit Rene Aufhauser, Roushfeld, Dospel, Libor Sionko, Czoy Tidulica und Roland Lins, Ivi Zavastic und Jürgen Fichhorn. Roman Wallner, Michael Kau, Christian Meierlich, Milenko Acimovic und Thomas Darasch. Sehr viele aktuelle Trainer, die dabei sind. Christoph Radajček und Sascha Laschet. Er hat einen österreichischen Cup-Sieg, zwei österreichische Meistertitel und einen österreichischen Super-Cup-Sieg und drei österreichische Cup-Siege. Die alle drei in Folge von 2004 bis 2006. Er hat eine Auslandsstation, 1,81 groß, gebürtiger Linzer, 45 Jahre alt. Kiesenebner. Ja, bravo. Gut, Peter. Hast du einige dich gebraucht. Ja, aber Zuri ist ja wirklich ein ganz schwieriger Spieler. Ja, Kiesenebner, im Endeffekt, der hat ja niemand am Schirm. Naja, wen hat man so am Schirm? Ja, aber die Auslandsstation war es, danke. Habe ich die dir gesagt? Ja, hast du gerade gesagt. Wo war der? Norwegen, oder? Bei Lilaström, auch Pokalsieger geworden. Er hat vier Pokalsieger im Stück. Fabio, warum weiß ich das alles? Was ist in meinem Leben schiefgelaufen, dass ich aufgrund dieser Informationen weiß, dass es da Manfred, oder? Nein. Mario? Markus. Markus, tschuldigung. Nichts, weißt du nur an den Namen. Sie teilt mal davor, aber ich sage, Markus hast du wirklich Markus Kiesenebner. Warum weiß ich, dass das da ist? Das ist ja Wahnsinn. Manchmal tut mir das leid, dass ich so viel Zeit in meinem Leben, oder es ist eigentlich gut, natürlich. Markus Kiesenebner. Ja. Übrigens, extrem professionelles Foto auf Wikipedia. Er ist ja österreichischer Internationale-Spieler gewesen, war 2009 aufgrund einer schweren Knieverletzung dann vorbei, die Karriere, und dann hat er die MKI International Holding gegründet. Ja, oida, der ist ja richtig Business. Der neue, also Direktor von MK&B und Vorstand von Austria Independent Group. Was das alles selbe ist, könnt ihr gerne nachlesen. MKI International Holding ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. MKI verwaltet ein umfangreiches Portfolio, fokussiert auf Sportmanagement, Sportprojekte, Immobilien, Finanzinstrumente, Projektinvestitionen, Luftverkehr, Kunstwerk und vieles mehr. Markus Kiesner ist auch Mitglied des Vorstands des privaten Netzwerks Austria Independent Group im Jahr 2013 gründete Markus Kiesner auch seine eigene Marke mit dem Namen MK21. Das klingt ein bisschen wie Milton Key in Stones, aber... Oh, der Typ. Hallo, Markus Kiesner eben ja völlig unterschätzt. Ich habe gedacht, du bist irgendwo Trainer im Unterhaus und nebenher noch Scout, aber das ist ja also richtig geiler Scheiß. Ja, die Karriere beim Last begonnen. 45 geworden im April. Ja, die Karriere begonnen beim LASK, dann ging es zu Austria, dann war er zwei Jahre beim FC Superfund, Pasching, dann drei Jahre Austria-Wien, wo es ja Titel, Titel, Titel gab, dann noch einen Cup-Titel mit Lilleström und da war es ein halbes Jahr bei Alltag, er ist ja wieder beim FC Pasching seine Karriere ausklingen ließ. 155 DBL-DW-Spiele. Ach schau, er ist anscheinend auch bei der Wauwi-Projekt GmbH dabei, die in Wels sitzt in der schönsten Stadt. Wels ist immer eine Empfehlung, da muss man unbedingt einmal vorbeischauen. Für mich die schönste Stadt Österreich. Markus Kiesner, falls du das jetzt hörst, das meine ich ernsthaft, für die Leute, die uns noch nicht so lange zuhören, Wels ist wirklich traumhaft. Der Stadtplatz ist sensationell. Du bist jetzt begeistert, gell? Ja, der wäre mal interessant, den könnte ich mal ausgraben, wenn irgendwer einen Kontakt zu Markus Kiesner gerne her damit, wir werden es versuchen. Es würde mich interessieren, mit dem zu reden, was der wirklich tut. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt hat er uns wieder weit gehört, jetzt macht Elfone die Geschichte. Super! Nein, so gut ist die auch nicht, dass Elfone die Geschichte macht. Und nächstes Monat am Cover. Das kann ich schon einschätzen, dass das jetzt keine große Geschichte ist. Für mich ist das eine große Geschichte. Ich habe übrigens versucht, jetzt die Geschichte über, ich sage jetzt ganz offen an alle, die auch als JournalistInnen da draußen arbeiten, ich habe versucht, die Geschichte von von Kugel, im Ausland zu verkaufen. Aber ich habe nur zwei Medien versucht und die haben wir nicht zurückgeschrieben. Ich habe mir gedacht, das ist eine super Geschichte mit Kugel. Stimmt. Denkste? Finden nur wir gut. Ja, das war es soweit aus der Admiral Bundesliga. Olympia Ljubljana führt die Tabelle der Privilegern, weil Murat Herzlich Willkommen bei DW Post eine Stunde. Jetzt haben wir die Stunde geschafft. Nein, es passt. Ich glaube, man braucht es nicht unnötig in die Länge ziehen. Donnerstag gibt es die Vorschau. Da werden wir das Salzburg-Spiel nachbesprechen, plus ein bisschen vorschauen, was am Wochenende so passiert. Da haben wir auch wieder sehr spannende Spiele vor uns. Unter anderem Lask gegen Salzburg. Samstag 19.30, das Top-Spiel der Runde. Da wird es schon mal um, also da, hui, da geht es so 8-4 oder 4-8 oder da wird es Spektakel geben. Ja, da freue ich mich schon. Aber da reden wir eh am Donnerstag drüber. Bist du Europa-Cup-mäßig irgendwas? Bist du Europa-Cup? Ich spiele heute nicht mit. Nein, ob du irgendwas anschaust. Du warst ja letzte Woche irgendwo bei Bravo oder so, oder? Also ich war in Salzburg und ich war vor zwei Wochen Bravo gegen Ostern. Ah, vor zwei Wochen war das, ja, okay. Ich weiß es noch nicht, muss ich schauen. Okay. Gut. Bist du wo? Nein, weißt du, bei mir, August ist bei mir traditionell die schwierigste Zeit, weil, August, ich weiß schon, genau, weil ich ja hauptberuflich, wie ich immer sage, bin ich ja Care-Arbeiter im EPU-Modell und dementsprechend ist es immer sehr schwierig, die Zeit zu finden für Fußballspiele im August, weil es da keine, da gibt es keine Schule und keine anderen Betreuungseinrichtungen und da hat man dann ein Kind, das man den ganzen Tag vor das iPad setzen muss. Nein, das mache ich natürlich nicht, das tue ich nicht, wir machen tolle Dinge. Ich muss ja aufbauen, oh mein Gott, okay, das war's jetzt. Ich wackel noch ein bisschen und du musst nicht zuschauen, schon mal, im Jahr Kader können wir wackeln. Okay, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt. Die beste Liga der Welt. Die beste Liga der Welt. Die beste Liga der Welt ist aber nicht ausgewrahlt,